Die Holzinnentüren von Hörmann aber Ganz nach Ihrem individuellen Geschmack können Sie zwischen einem stumpf einschlagenden Türblatt und einem gefälzten Türblatt mit eckigen Kanten oder runden Kanten wählen. Entscheiden Sie sich für Holzzargen mit runden oder eckigen Kanten oder auch für die besonders robusten Stahlzargen. Die hochwertigen Oberflächen, Dura-Decor, Lack- oder Echtholzfurnier werden Sie begeistern. Dura-Decor besticht durch Eigenschaften wie Unempfindlichkeit, Hitzebeständigkeit und Stoßfestigkeit und sorgt so für eine lange Lebensdauer. Die Innentüren sind nicht nur besonders widerstandsfähig. Ihr hochwertiges Design verleiht auch jedem Raum eine elegante und einzigartige Atmosphäre. Die Türen sind in fast allen Ralfarben erhältlich. Ebenso liefern wir Türen mit Seitenteilen und Oberlichtern, Verglasungen und Ganzglastüren. Und für Bereiche mit wenig Platz gibt es die Holzinnentüren auch als Schiebetür. Mit Holzinnentüren von Hörmann verleihen Sie Ihren Räumen eine exklusive Designnote, die Sie jeden Tag aufs Neue begeistern wird. Und treffen eine Entscheidung für hochwertige Qualität, die buchstäblich ein Leben lang hält.